Ja, aber bei mir ist es halt, ich tue nochmal sehr einfache und pragmatische Sachen einrichten und dann vielleicht noch ein Plakat an eine Wand, also pro Wand ein Plakat oder sowas. Ich mag ehrlich gesagt freie Wände. Ich mag, dass nicht mehr die zugestellt sind. Kannst du zu Benni ziehen? Wolltet ihr eh nochmal später drüber reden? Naja, Benni ist kein Polygamie-Typ. Wir können eine WG machen, aber nur halb Beziehung nicht. Nein, eine WG mache ich nicht. Brauchst du nicht mit jemanden, den du magst? Nein, es ist rechtlich mit jemanden, den ich mag, den mag ich hinterher nicht mehr. Hä, warum? WG ist so... So... Boah, da muss man sich so mit... Weißt du, das WG hat alle Nachteile vom Zusammenwohnen ohne die Vorteile von der Partnerschaft und Zusammenwohnen. Man muss eben die ganze Zeit auch verkürzt werden, aber man kann nicht miteinander vögeln, das ist doch irgendwie dumm. Freie Liebe. Äh, Lumi, dann nimm dir da kurz das Tapetending mit. Oder man redet einfach ganz... Das ist eine Idee. Man redet ganz normal miteinander und offen und sagt einem, was man für Probleme hat und muss nicht Rücksicht nehmen deswegen. Ich kriege gerade Haufen Kochrezept. Es gibt Menschen, die sind speziell und da gehöre ich dazu und da müsste man sehr viel Rücksicht auf mich nehmen und das will ich niemandem antun. Und ich habe auch aus dem Nerven mich Menschen. Kann ja keiner was dafür, dass du komisch bist. Ich bin ja eben, deswegen wohne ich ja auch ein bisschen mit jemandem zusammen, ich weiß es doch. Aber da denke ich, können wir die ganzen Kocherzappen schon. Ja, fast alle. Ich bin hier nur am, am Briefe öffnen gerade. Ja, die haben wir alle schon bekommen. Das hatte ich gestern. Also. Ich habe keinen Brief. Mir schreibt es niemand. Kommt noch. Das Ding ist einfach, ähm... Hm? Das hat mich ein bisschen nerven Menschen. Punkt. Ja gut, dass du jetzt gerade mit uns hier spielst, äh, das hat sich dann wohl auch nächste Woche gegessen. Wir machen das dann ohne Lumi weiter, weil sie will ja keine Menschen haben. Na, wenn wir es ohne Lumi weitermachen, ist es aber doof, ne? Ja. Dann spielen wir halt Pogel oder sowas. Wir schaffen dann irgendwie, finden sowas. Ben, verstehe ich mich einfach nicht. Ich sollte Ben wirklich nicht heiraten. Hast du mir da eh nachfohlen? Ist das nicht Grundvoraussetzungen? Nicht verstehen, weil er noch heiratet? Okay, das stimmt. Gebe ich dir auch wieder recht, aber damit verstehen wir uns wieder und deswegen sollten wir nicht heiraten. Ne, wir verstehen uns halt nicht. Heute ist Georges Geburtstag. Was? Heute ist Georges Geburtstag. Ich bin am Dekorieren. Ist mir scheißegal, wer Geburtstag hat. Irgendjemand soll die Tiere mal machen. Die Tiere wurden schon sehr lange vernachlässigt, weil wir nichts anderes mehr tun, als ihr Haus einzurichten. Äh, mir wurde so gesagt... Scheiß drauf, ob Kühe verhungern. Hauptsache ich leb schön. Mir wurde übrigens auch gesagt, wenn es mit der Informatik nicht läuft, dass ich abstrakte Kunst machen soll. Ja, ich weiß nicht. Das Traktikon ist sehr schön, ich mag deinen Chat. Ich weiß nicht. Kommt ja auch nicht zu mir. Das Problem ist so ein bisschen, ich habe selbst Kunst in der Grundschule, äh, quasi in der Grundschule und im Gymnasium schon immer verkackt. Also ehrlich gesagt finde ich es bei mir jetzt echt sehr schön. Jetzt gefällt es mir. Ich erzähl mal eine Geschichte. Ja, ich saß neben jemandem. Der war echt nicht künstlerisch begabt. Sprich, man hat bei ihm gesehen, dass der Feinmotorik, was zum Beispiel Bilder malen, hat er nicht so viel geübt. War nicht sein Ding. Er war halt Naturwissenschaften echt gut. So, und das Problem ist, der hat das dann natürlich auf die Spitze getrieben. Und hat dann irgendwas gemacht. Wir sollten ein Stillleben malen. Da hat er so ein Stillleben angefangen und dann sind da irgendwelche komischen fliegenden Dreiecke drumherum gewesen. Und irgendwann kommt die Lehrerin zu mir. Guckt sie mein Bild an. Ja, dann musst du aber noch ein bisschen da und da nacharbeiten. Guckt sie sein Bild an. Oh, diese Abstraktion, dass man da überhaupt drauf kommt. Aber das ist toll gemacht. Ich glaube, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht mal mehr ein Stillleben. Das ist irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Und wir sollen ein Stillleben malen. Ist das Kunst oder kann das weg? Richtig. Ja, aber die... Das muss man nicht verstehen. So, jetzt brauche ich noch ein paar Lamm. Der ist tatsächlich erst in der 12. Klasse zusammen. Und dann bin ich mal auf die Fresse geflogen, als wir einen Mensch sozusagen aus Ton machen sollten. Und er hat quasi einen Golem gemacht. Das fand sie nicht mehr so witzig. Herr der Ringe. Also wirklich, der so kantigen Golem, also wirklich eckig hat er dann halt draus gemacht. Oh, ich brauche jetzt noch Lampen. Warum ist eigentlich sowohl bei Ben als auch bei Felix so eine Deko-Box und bei mir irgendwie nicht? Weil du dir keine Deko-Box gemacht hast? Wie wäre es damit? Die ist teuer. Ey, was für eine Deko-Box redest du denn? Ich meine diese Sachen, wo man Sachen aussuchen kann. Den gibt es nur einmal immer. Aber ihr habt den doch beide. Ein paar Happy Tees und dann haben wir noch einen Bock raus. Benni hat den für die Möbel und ich habe den für Böden und Tapeten. Felix inzwischen hattest du beide. Du hast aber auch einen für Möbel. Nein, den habe ich mir Felix gegeben, den sollte er nehmen. Ach so. Damit das alles in einem Raum ist, weil ich ja mehr Platz habe. Wenn Benni nimmt das Ding, mehr Platz weg. Lumi hat ja mir nicht zugehört. Ich habe vorhin so wieder gesagt, du kannst es nehmen, weil ich habe nicht so viel Platz. Vielleicht habe ich euch ja gemutet, weil ihr mir auf den Keks gegangen seid. Das kann natürlich auch sein. Dann mute uns vielleicht mal nicht. Dann mute bloß dich, damit wir dann Quatsch nicht hören. Immer einmal mehr wie du. Was? Genau. Hier gibt es gar nicht so viele Lampen zur Auswahl. Wir haben gar keine Fäden. Da mag ich eigentlich nicht. Aber haben wir eigentlich 150 Sonnenblumen-Samen. Wir wollen denn damit ersticken? Weiß ich nie. Ihr wollt euch mal das waren mal Fäden. Sag mal, hat sich eigentlich irgendjemand mal gefragt, warum wir uns bei aller Boden kein Badezimmer haben? Düngen wir den Boden live? Hä? Wie steht sich das Leben auf einem Bauernhof, was willst du? Eben, da gibt es einen Plumpsklo. Ja, oder du gehst einfach zum Teich und pinkelst da hin? Oder einen Kompost da auf dem Schein. Ja. Einfach direkt bei den Tieren mit rein. Das ist doch alles ein Abfahrstand. Wie war das bei Simpsons? Hast du da... Nee, hat das Schweine das Fass allein nicht voll gemacht? Ich habe geholfen. Ja. Ja. Gehst du eigentlich immer noch Hartholz holen? Äh, gerade nicht. Okay. Bin gerade in der Mina. Ah, du kämpfst schon wieder? Du musst halt auch mal meinen Kampfskill steigern. Ich habe zusätzlich für uns neuen Energietoni kennengeholt, wenn man das so ausspricht. Ich komme an dieses blöde Jackie Cola Schild nicht ran, oder was das sein soll? Jackie Cola? Aber du musst es doch aufgehängt haben. Ich habe es nicht aufgehängt. Das ist im Weg. Ah, jetzt habe ich es eingesammelt. Und normalerweise... Aufgehangen heißt es doch, oder? Aufgehängt. Aufgehängt. Ich hänge. Nein, nichts wird sagt, als ich Kinder-WGs... Das habe ich vorhin überlesen. Da ist das mit dem untereinander Vögeln kein Problem. Was, bei Kinder-WGs? Nein, bei WGs! An Hayley und Emily. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Wir haben euch eure Lieblingssachen geschickt. Pinke Torte und Sonnenblumen für Hayley und Edelsteiner und Wolle für Emily. Emily mag Wolle. Wie gut du deine Frau kennst. Nee, ich habe auch Abigail zu freuen, du Scherzkeks. Entschuldigung. Ich muss jetzt mal den... Ich weiß jetzt mal irgendwo, irgendwie jemand, wo Sebastian ist. Den habe ich auch gegessen. Ich werde das dir sagen, aber ich darf ja eigentlich nicht gucken. Oh, doch, guck nach. Du mir fragst du doch nichts dagegen. Ich ist ja voll die Cheaterin. Mittwoch, du mir hat keinen Bock mehr. Ich suchte ihn jetzt schon seit gefühlten zehn Tagen. Wenn du führst, du unfähig bist. Ich bin schnell wieder daheim. Wenn du auch so, Sebastian. Sebastian, wir haben Herbst, Mittwoch. Und es regnet nicht. Das ist egal, welche Jahreszeit. Es geht nur um den Wochentag. Na, das ist eh niemand. Komm ich denn hier raus? Tagesapplaus. Hilfe! Ich habe mich verlaufen. Wie jetzt? Wo jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du denn? Ah. Ach nee, was haben wir? Sommer, oder? Mittwoch, Herbst. 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 Es gibt doch einen Unterschied. Ja. Mindestens bei Sebastian. Montag bis Mittwoch. Ab 12 Uhr verlässt das Haus und geht zum See in der Nähe. Er geht nicht vor Mitternacht zurück nach Hause. Das ist rechts oben, oder? Das Haus, äh, der See. Rechts oben. Direkt rechts neben dran, oder? Ja. Frag mich jetzt nie, wo der wohnt. Das musst du ja wissen, du bist in der Nähe. Geißer, da steht er. Hallo Sebastian. Schatz. Hab ich noch was? Das hast du letztes Mal auch gesagt, und dann redest du doch nicht mit mir. Ab auf die Knie. Ich hab noch ne, noch ne Schatzkarte gefunden. Ich hab aber Sebastian auch auf die Knie. Plopp, 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 plopp. Irgendwie. Kann man eigentlich irgendwo Bomben kaufen, oder? Kann ich irgendeinen Schluss machen mit dem? Hä? Ja, nee, du kannst ja auch. Das war alles fester Freunde, das kannst du aber jemand anderen den Blumenstrauß schenken. Eben. Ich würd gern so ein bisschen rumknutschen, ein bisschen Romantik haben, und er sagt, wow, so schön, dass du da bist, und ich hab mich alleine einsam gefühlt, und dann guckt er auf den See, und das ist so gut. Nee, das ist doch romantisch. Das ist überhaupt nicht romantisch. Romantisch wäre es, wenn er zumindest mal den Arm um mich legen würde, aber das macht keiner. Das macht keiner. Komm, klar mit deinem Leben. Vor allen Dingen in offener Beziehung. Ja, in der offener Beziehung will ich trotzdem, dass mein Partner den Arm um mich legt und mich kuschelt. Lumi will halt alles, ohne verpflichtet zu werden. Ja. Das ist nicht so richtig, ich verpflichte mich emotional. Quasi eine Art Prepaid-Vertrag. Das ist doch Bullshit. Eine Art Prepaid-Vertrag mit Männern. Wie halt jede Beziehung so ist, ne? Also ich denke, dass es Männer gibt, die das okay finden, aber es gibt ja auch ganz viele Männer, die sagen, ich will halt nur eine Freundin haben. Ja, es ist ja auch in Ordnung, das respektiere ich ja auch. Genau. Den fang ich dann halt nix an. Außer sie sind ganz schnuckelig, dann musst du denen doch mal in den Kopf vordrehen, ne? Das stimmt nicht. Tatsächlich habe ich bei zwei Kerlen schon die Dates abgebrochen, weil die gesagt haben, sie möchten definitiv nichts Monogames und ich gesagt habe, wir werden... Nix Monogames? Nix Monogames? Nix Monogames? Die wollen nichts Polygames. Nö, 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 nö. Das sagt, ich werde euch sehr unglücklich machen und hab die Dates abgebrochen. Wovon der eine sehr unbegeistert war, aber was soll ich denn machen? Jetzt nützt ja auch nicht, dass das... Du dacht ne, halt, du bist ne konservative Frau. Nö, der wusste das von Anfang an, und der dachte halt, dass sie mich irgendwie ändert. Und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie Blödsinn. Also auf der Grundlage, dass ich mich ändern, fangen wir keine Beziehung an. Sorry. Du musst dich ändern, du bist der Mann. Nö, generell sollte man nicht eine Beziehung anfangen, um jemanden zu ändern. Richtig. Also dann ist man ja auch nicht wirklich in mich verliebt, sondern in irgendwas, was man sich wünscht, was ich mal werde, oder? Also... Ja. Oder sich das zu krass. Ändern sich die Leute, glaube ich, nicht so sehr. Also generell sagt man, man soll nicht eine Beziehung anfangen, um die Leute zu ändern. Das ist katsch. Ja. Da wird man nur unglücklich selber. Richtig. Oh, das ist schon wieder Granatäpfel. Also Granatäpfel haben wir jetzt jede Menge, langsam. Direkt zwei heute geantwortet. Da gibt es doch viel jeden Monat einen. Nee, jeden Tag. Jeden Tag rein, ne Güte. Ihr könnt ja auch einfach mal ins Gewächshaus reingehen, da müssten einen Haufen Bäume stehen. Ja, weil wir dann ins Gewächshaus... Ja, ich hab die Tiere nicht gemacht, hat irgendwie mal Bock, die Tiere zu machen? Nö. Nö, ist deine Aufgabe. Ich bin auch in der Mine. Ja, ein Krass, dann lässt du halt die Tiere den Tag, die gerne ohne sich auskommen. Ich hab dich schon ein paar Tage ohne mich auskommen lassen. So langsam wird es Zeit. Ja. Nur wieder ein bisschen Wald aus Dünnen, der hier gewachsen ist bei uns. Du lebst mit den Tieren deinen Polygams, die... Ich lebe mit den Tieren überhaupt nichts Polygams, das hörst du auch mal auf. Wobei eben, das wär so dummisch. Also, ne, der Steamling geht nicht mehr, sorry. Der, der ist veraltet. Den hab ich noch nicht geändert, sorry. Also, mit Tieren hab ich in der Regel keinen Geschlechtsverkehr, aber danke. Nein. Nein. Hier würde man ja alles zutrauen. Ich weiß, dass Felix immer von sich selbst ausgeht, aber in diesem Falle haben wir leider keine Gemeinsamkeit, Felix. Also, mit der Katze hab ich noch nix angefangen, außer, what the fuck? Die Katze ist geflüchtet gerade. Ja, das gehört, die muss ja raus. Nee, die hat sich schlafen gelegt auf der Box, ist runtergerutscht, ist davon erschrocken und hat jetzt gerade meine Kamera abgeräumt und, äh, ja. Ich glaub, die Katze sind halt einfach sehr, sehr traurig, dass du gerade gesagt hast, dass du nie was mit dir angefangen hast. Ja, mir hat sie sich erschrocken. Oder in einer festen Beziehung. Das kann natürlich sein. Ich hab auch schon gesagt, dass die Katze von meinem Ex und so, die hat mich auch nur als Zweitfrau akzeptiert. Und zwar nicht sehr gern. Deswegen ist er auch dein Ex. Wenn meine Freundin heimkommt, geht die Katze fast gar nie zu ihr und wenn ich heimkomme, steht sie sofort an der Tür, also. Ja, ja, du bist mit deiner Katze zusammen, so ist das. Oder die Katze sagt, du bist mit ihr zusammen, besser gesagt. Ja. Aber wenn ich weg bin, geht die Katze komischerweise dann immer zu meiner Freundin. Ja, sie nimmt halt das, was da ist, ins halt nicht anders geht. Siehst du, das ist das vor der Garneprinzip. Sie ist mit dir zusammen, aber wenn du halt nicht da bist, nimmt sie was, was besser ist, nichts. Ja, aber dann bräuchst du keine Polygamie, solange dein Typ immer da ist. Das ist auch der Logik. Stimmt auch, ja. Das ist die falsche Logik. Merkst du selber, ne? Ja, war blöd. Ich kann auch eingestehen, wenn ich scheiße gemacht habe. Okay, so ist es nicht. Du sollst dich nicht eingestehen. Jetzt haben beide auf einmal geredet und ich glaube, ich wollte beides nicht verstehen. Du sollst dich nicht einmachen. Was soll ich nicht machen? Egal, mein dummer Spruch, wir lassen das, mach weiter. Dynamo ist so doof, ne? Die machen in den ersten 20 Minuten, machen die drei Tore. Und jetzt kassieren sie noch fünf. Die hat Armania Bielefeld aufgeholt. Total bescheuert. Aber es ist doch immer so, Dynamo gewinnt nicht, wenn sie vorne liegen. Ich gehe jetzt ins Bett. Meine Wohnung sieht jetzt wenigstens schön aus. Ich fühle mich wohl. Übrigens, mein Shit findet uns unsere Unterhaltung in top. Zehn von Zehn wurde gesagt. Hast du eine Abstimmung gemacht? Nö. Schmähw einfach reingeschrieben. Zehn von Zehn Unterhaltung. Sehr schön. Das ist der Grund, warum du hier bist wahrscheinlich. Lieber Schmähw. Schmähw? Schmähw. Das klingt übelst nach der Währung bei Rick and Morty. Und ich hatte mal einen bekannten Niemals Schmänger. Was? Schmänger? Michael Schmänger. Jetzt hast du ihren Namen gedroppt. Das mag Twitch aber eigentlich gar nicht. Och Gott, Twitch wird zu überleben. Ich habe den guten Mann seit elf Jahren nicht mehr gesehen. Im Morgen steht er von seiner Tür und sagt, du hast meinen Namen im Livestream erwähnt. Jetzt kriege ich hier böse Briefe. Ich habe ja nichts über ihn erzählt. Das krasseste, was ich mal erlebt habe, war, da gab es einen, der hat über WhatsApp mit mir geschrieben. Also ganz normal im Gruppenchat. Und dann habe ich so gesagt, ich so, die USA hört eh alles ab, was wir schreiben und so. Und ich so, wir sind aber eh nicht so wichtig. Und dann habe ich so gesagt, Irak-Bombe und 9-11. Und der so, nee, jetzt schreibe ich gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ey, komm mal, klar, als ob wir so wichtig wären. Da musst du schon die Bombenpläne googeln. Dankeschön, Leo, für den Host. Und hi an Leo und alle, die mit Leo mitgekommen sind. Hallo, Leo und alle, die mitgekommen sind. Hallo, Leo und alle, die mitgekommen sind. Dass die sehr viel abhören, ist schon richtig. Wenn er seiner Frau ein Kind gemacht hat, hat er sie geschmängert. Das gefällt mir. Geschmängert. Geschmängert. Schmängig, schmängig. Darf ich doch was über ihn erzählen, aber das wissen alle Namen. Aber das ist kein Geheimnis, man hat das selber öffentlich gepostet. Schatz, hoffe ich dich schmeckern. Ich erzähle es einfach. Der war auch bei WerkenntWen und auch mit vollständigen Namen. Von daher ist es gar nicht so böse. Was, WerkenntWen? WerkenntWen, die Website? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. SchülerVZ, kenne ich. Ja, das ist die StudieVZ, nur war halt für Leute, die nicht studiert haben. Also Schüler, da gab es da was für, 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 da war ich auch so eine MeinVZ. Genau. Ja, genau so was in die Richtung. Also WerkenntWen war halt bei uns in der Gegend irgendwie beliebt. Ich weiß es nicht, was hatte ich ihn da. Und er hatte dann irgendwie so eine Bilder, sehr getrennt von 20 Bildern, auf denen er irgendwie Selfies von sich gepostet hat, die alle gleich aussahen, also für meine Empfinden. Und runter schrie er dann so Sachen wie der Coole, der Schüchterne, der ambitioniert. Was? Der mit zur Rüge schon monatelang geäumelt. Das war so witzig. Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob er das ernst gemeint hat, weil so gut kannte ich ihn nicht, aber. Ich finde es gut, dass du Eumeln kennst. Für Eumeln, ja klar. Das ist eigentlich ein sächsisches Wort. Ist das sächsisch? Ach, sein Schwachsinn. Aber es wird zumindest, glaube ich, eher im Osten benutzt, auf jeden Fall, ja. Echt? Ja. Du hast sächsische Wurzeln. Ich habe, oh nee, gar an hier. Vielleicht von einem Kommilitonen oder sowas, der aus der Gegend hier mal kam. Und bei Eumeln habe ich von meinem Bruder und der kommt auch aus der Gegend bei mir. Vielleicht hat der es von einem irgendeinen Bekannten. Das wiederum kann sein. Das kann ich aber nicht beurteilen. Wieso kannst du das nicht beurteilen? Weil ich nicht alle bekomme von meinem Bruder kennen. Schwann Roy. Sarah, die hattest du alle? Die hatte ich alle. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100. Ich hatte tatsächlich mit keinem einzigen Freund von meinem Bruder jeden Mal zu. Das hat einen Moment gedauert, bis es klick gemacht hat. Ja, du hast die Pause, wo ich genervt in die Kamera geguckt habe, nicht gehört. Wir müssen, wenn wir, wollen wir das dann im Winter machen im nächsten Stream? Also in die Schädelhülle latschen? Ja, würde ich schon sagen. Da müssen wir nicht so viel tun. Dachte ich, das wäre jetzt ausgemacht. Merkt euch unbedingt, wir müssen Treppen mitnehmen. Wir müssen auf Ebene 100. Steine mitbringen. Wir sind nicht so dringend, diese scheiß Treppen. Wir müssen Steine mitnehmen zum Treppen bauen. Ach, ja, brauchst du 99 Steine. Also das Inventar dann. 99 ist ein Stack. Der Anfang war verwirrtet. Der Fortschritt war genervt, fand ich zumindest. Aber gut. Ja, gut, dann machen wir so. Dann nehmen wir einfach Steine mit und bauen das dann, je nachdem, wenn wir es brauchen. Ja, Juni's Gaul, jetzt benutze ich dich auch mal. Das war gar nicht mal so schlecht, Benny. Lumi reitet. Wir müssen halt bloß das nächstes Mal dran denken. Ey, wer hatte diese scheiß Wege gebaut, wo man mit einem Pferd nicht durchkommt? Ja, ich weiß nicht. Zwischen den Dingern dort lang, zwischen den Beten. Ja, bei den Beten geht's ja auch, aber zwischen den beiden Häusern geht's nicht. Nee. Nee. Wo ist mein, der zweite Pferd eigentlich? Ja, da. Da, nehmen wir das. Hoppa, hoppa, reit da. Wir brauchen noch so viel im Museum. Wenn wir es kommen, wo 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 es kommen sollen. Sex oder Schleimer. Vielleicht tiefer in die Schädenhöhle. Oh, ich hab ne Sequenz. Aber nicht mit Sebastian. Wer ist denn das jetzt? A Bigel? Oh, wo bin ich denn hier? Ich hab wieder nix, was ich dem Museum spenden kann. Wer oder was? Du hast Biers geheimen Sammlungen gefunden. Ich glaub, mein höchster Rang in Counter-Strike war tatsächlich Doppel-AK. Ich weiß gar nicht, was das ist. Mastergarden oder sowas? Wer ist denn mein Schlafzimmer? Wollte ich jetzt eigentlich hin? Achso, ich bin schon so weit geritten. Naja, reibe noch ein bisschen rum. Wie hast du das gefunden? Schnell, gib her. Ich weiß selber nicht, wie ich das gefunden bin. Ich hab ja einer von seinem Schlafzimmer aufgetaucht. Sprich mir das nicht. Wir werden nur was darüber erzählen. Aber das passt doch zu dir, wenn du einfach im Schlafzimmer von Leuten auftauchst. Oh Scheiß, ich geh durch die Haustür durch und dann hab ich ihn filtere. So das nächste, was ich weiß, ist, dass ich ein Biers Schlafzimmer aufmache und irgendwas Geheimes entdeckt hab, von dem ich niemandem erzählen darf. Und ich weiß nicht mehr, was es ist. Dieses Spiel, ey. Versprich mir, dass du nie jemandem etwas darüber erzählst. Haben wir 150 Hartholz, nee, ne? Ah, wahrscheinlich schon Porno. Ich hab die Wahl zwischen dein Geheimnis, weil das ist sicher, und deine Frau verdient es, darüber Bescheid zu wissen. Erstmal der Frau erzählt. Wegen der Hütteaufwertung. Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, worum es geht, also Pornos muss er ihr jetzt nicht erzählen, wenn er mit jemand anderem vögelt, sollte sie das schon wissen. Was sag ich denn jetzt? Ah, was? Na gut, ich hab sein Geheimvorrat, entdeckt es wird eher ein Porno sein, oder? Ja klar. Vielleicht auch Geheimvorrat an... ...Hämorrhinensalbe. Schlüpfern? Hämorrhinensalbe finde ich besser. Okay, danke, heilig, das ist bei mir sicher. Ach, übrigens, es gibt noch ein Ziel, was wir erreichen können. Es gibt ein Zepter der Rückkehr, das kostet 2 Millionen. Ja, und? Damit kannst du dich, so ein Werkzeug, damit kannst du dich jederzeit nach Hause beamen, quasi. Braucht die Lumi, aber nee, Moment, die stirbt ja, die braucht das nicht. Bitte was? Ich hab nicht zugehört, ich hab die Sequenz verfolgt. Ja, ist schon klar, dass du nicht zuhörst. Hätt einfach mal uns überquatschen müssen, so wie du sonst auch mal machst. Oh, wir haben Herbst. Na, echt? Wir haben Herbst. Wir müssen noch das restliche Gras ernten. Gras, wir sind in Holland. Das war nicht gemeint, Felix. Wir müssen noch einen Zugang in die Mutantenkäberhöhle finden. Was ist denn dein höchst dran gewesen, Schmaif? Die Mutantenkäberhöhle. Das ist wahrscheinlich wieder ein Spoiler, lass es. Nein, ich lass es ja auch. Ich muss jetzt erstmal Level 100 in den Dings erreichen, das ist ein Plan für Winter. Damit würde ich gerne anfangen, und dann können wir alles andere machen. Stimmt, ich wollte auch noch einfach ein bisschen kämpfen gehen, das hab ich ja nicht gemacht. Könnte ich morgen machen. Lass zu mir kommen, ich kämpfe gerade. Womit denn? Mit dem Fischen? Nein. Mit der Angel? Ich muss noch 6 Slimeys töten für eine Quest. Rote Slimeys. Aber wenn ich die töte, dann nützt ihr das ja nichts. Vielleicht teilen wir uns die Erfahrungspunkte. Gibt keine Erfahrungspunkte im Spiel. Natürlich gibt es hier Erfahrungspunkte. Man kann ja auch leveln. Also wird es irgendwo ein Punktesystem geben, wie man Erfahrung kriegt. Level ist aber deine Fähigkeiten und nicht deine Ansichtlevel. Irgendwo in diesem Spiel muss doch gespeichert sein, wann denn dieses Fähigkeitslevel absteigt, oder? Er aufsteigt. Oder nicht? Keine Ahnung. Eine Sternfallfrucht gibt es schon für 20.000, das können wir uns die geleisen. Haben wir die nicht alle schon gekauft? Wo ist denn die? Ja, aber kann ihr noch eine kaufen? Nee. Nee, du kannst eigentlich immer nur eine kaufen. Also hier gibt es eine für 20.000 von Grobes. Hast du sie noch nicht gekauft? Würde ich auch sagen. Doch, ich habe letztens schon eine bei dem, äh... Mensch, merkt ihr euch eigentlich Zeug, oder? Nee. Ja, aber ich habe letztens eine Sternfallfrucht gegessen. Ja, es gibt verschiedene an verschiedenen Orten. Genau. Kannst von unterschiedlichen Leuten mehrere kaufen. Aber immer nur von dem gleichen, nur einmal. Genau. Okay. Ähm... Schmelf, das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie du dich mit dem Spiel beschäftigst. Wo du hängen bleibst. Hängen bleibst. Es gibt auch Leute, die haben 1000 Stunden und sind immer noch selber eins. Was nicht so cool ist. Das braucht auch an, wie viel Zeit man sich zwischen den Spielen lässt. Ja, und es kommt, glaube ich, auch viel darauf an, wie du spielst. Also wenn du halt spielst, dich zu verbessern aktiv. Und wirklich darauf achtest, wenn du mit der Counter-Strike musst du dann viel dein Aiming trainieren. Das geht halt gar nicht im Ranked Game. Da musst du zum Beispiel auch viel Deathmatch oder sowas oder gegen Bots, bestimmte Trainingsparcours spielen und sowas. Der Pro, es gibt Tits. Tatsächlich, äh, Counter-Strike-Profis spielen zwischen drei und fünf Stunden Deathmatch am Tag. Einfach nur, um ihre Reaktionsgeschwindigkeit hochzukriegen. Also wirklich täglich, im Durchschnitt. Und dann haben die halt noch Trainings dazu. Also das ist halt schon, Profispieler ist nicht Zuckerschlecken an der Stelle. Außer du liebst halt absolut das Spiel. Aber ich glaube, nach einem Jahr, wo du jeden Tag acht Stunden das gleiche Spiel spielst, kannst du es nicht mehr so richtig lieben. Sag mal, jetzt mal eine Kretchenfrage. Meint ihr, dass E-Sportler echt noch Spaß haben an ihrem Game? Oder ist es dann wirklich Sport? Ich denke schon. Naja. Also ich meine, Sport kann ja auch Spaß machen. Ich denke auch, dass Profisportler Spaß an ihrem Spiel haben. Ja, okay. Aber wenn du so ein Spiel halt achtmal Stunden am Tag spielst, zwei Jahre lang oder sowas? Du musst Leidenschaft haben. Wer ist denn eigentlich am besten von euch mit einem Zauberer befreundet? Äh, scheiße, den Zauberer habe ich völlig vernachlässigt. Ich glaube, ich habe ihm noch nie ein Geschenk gebracht, geschweige denn, mal mit ihm gesprochen, so zwischendurch, wenn ich keine Quest habe. Ich habe null Herzen bei ihm. Das beantwortet alle Fragen. Das war die Kurzfassung zu der ausführlichen Antwort, die ich gerade gegeben habe, glaube ich. Aber trotzdem, gib dir auch überhaupt die Einstellung, wenn du überhaupt mit der Einstellung an das Spiel rangehst, ich will besser werden. Dann nimmst du deine eigenen Handlung ganz anders wahr in dem Spiel, als wenn du einfach nur sagst, ich spiel halt. Das kommt drauf an, wie reflexiv du bist. Ja, aber das ist eine Einstellungssache an der Stelle. Und wie eloquent Lummi ist. Nö, die hat einfach nur Psychologie studiert oder sowas. Nee, Philosophie? Ich habe Philosophie studiert, beziehungsweise bin ich immer noch dabei. Aber Philosophie ist die bessere Psychologie, von daher. Ja, ich kann meinen, ich kann nicht auseinanderhalten. Das sehen Psychologen nicht so, aber ich sehe das so. Also muss ich jede Menge psychologische Texte auch lesen. So ist es ja nicht. Das Biss ist selber durcheinander gekommen. Ja. Ja, Philosophie ist ja die Mutter des Wissens, beziehungsweise etwas weniger romantisch ausgedrückt. Ich finde, sie ist der Mittelpunkt des Spinnennetzes des Wissens. Schmeif, das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Nee, mir wurde gerade geschrieben, dass er halt viele Kills macht und deswegen angeblich ganz viel reported wird und deswegen viele Hacker trifft. Das glaube ich nicht. Du triffst einfach Leute, die besser sind als du. Es gibt nicht so viele Hacker in Counter-Strike. Wobei, jetzt wo Street2Play ist, weiß ich nicht. Aber vorher war das zumindest relativ okay. Sorry. Also ich habe keine Ahnung. Das ist besser als ich, das ist ein Hacker. Ich habe keine Ahnung, wie es aktuell ist. Gibt es bei Counter-Strike jetzt die Möglichkeit, sich Replays anzugucken? Gibt es schon immer, ja. Ja, dann guckt ihr Replays an und guckt ihr genau an, auch aus der Sicht des anderen, ob das wirklich was ist, was Hacker-mäßig drin ist oder ob das tatsächlich Skills sein könnte. Das Problem ist, Counter-Strike ist jetzt Free-to-Play. Das heißt, jeder Profi kann wie bei League of Legends, wenn er Lust hat auf ein entspanntes Spiel, wo er einfach alles wegrotzt, einen zweiten Account nehmen und mit dem spielen. Ja, das ist klar. Das ist, ich meine, das ist bei Dota und Lolo und Karma ja auch nicht anders. Aber ich meine, wenn die Aussage, dass die anderen hacken und deswegen besser sind, finde ich halt immer ein bisschen kritisch. Und wenn man sich das vielleicht einfach mal nochmal aus der Perspektive von einem anderen Spieler anguckt und so ein Replay, wird einem vielleicht bewusst, dass es wirklich ein Hacker ist oder dass es halt jemand ist, der halt einfach was drauf hat. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man auf einem sehr hohen Niveau als durchschnittlicher Spieler tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann, ob das ein Hacker ist oder ein sehr guter Spieler. Ja, kann man ja auch. Aber kann man vielleicht in einem Replay eher. Keine Ahnung. Also ich sag mal so, die Profispieler, wenn man sich das so anguckt, die reagieren innerhalb von, keine Ahnung, 0,2 Sekunden auf einem Gegner, der auftaucht. Und das, oder die aimen halt typische Ecken sowieso ab. Also wenn die halt wissen, okay, nach 20, 25 Sekunden kommt dort jemand um die Ecke, wenn der perfekt gestanden hat oder nach 28, wenn der Kacka gestanden hat, dann aimen die halt die 10 Sekunden lang die Ecke ab. Und sobald es dann irgendein Pixel bewegt, knallt es halt. Das sieht dann aus wie Warlhack, weil es sofort knallt, wenn du um die Ecke kommst. Das meine ich mit. Das ist nicht so ganz unterscheidbar, meiner Meinung nach. Und ich bin allergisch darauf, dass gerade beim Spielen, wo Hacks vorhanden sind, aber wo meiner Meinung nach nicht mal 10% hacken, dass da irgendwie immer jeder, der gut ist, als Hacker beschimpft wird. Finde ich dumm. Hacker! Macht auch den Spaß kaputt. Hat mir zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare 2 kaputt gemacht, weil ich auch immer nie wusste, wenn jemand dort echt gut war, hat der jetzt gehackt oder war der einfach gut? Beziehungsweise bei jedem Call of Duty. Benni, weißt du noch, wo ich in dem MW2-Clan war und du Orban zu mitgezockt hast? Ja, im Don-Clan habe ich sogar noch ein Video auf meinem Kanal. Echt? Ja, wo ich mit euch gespielt habe. Hm. Wo wir intern gegeneinander gespielt haben. Tiff, du lurkst, ich antworte nicht auf deine Nachrichten. Was ist lurken? Wenn jemand in deinem Stream zuguckt, ohne zu schreiben. So, jetzt mache ich das älfter. Ja, oder wenn er in so einem Hintergrund mal laufen lässt oder so. Wenn du zum Beispiel selber zockst und nebendran Stream laufen lässt, damit jemand quatscht, damit du einfach was hast, was auf dem Ohren ist und keine Musik hören wirst oder sowas. Ich habe zwei Herzen beim Zauberer. So ein Geblubber im Hintergrund, dann bist du, glaube ich, der, der am besten befreundet ist mit ihm. Echt? Ich gehe jetzt erstmal ins Bett und dann gucke ich nach, weil es schon spät ist. Dann gucke ich wieder ewig nach und schlafe hier mitten auf der Farm ein. Ach, sieh mir so schön aus, ey. Ich fühle mich jetzt richtig froh. Schmaif, ist es wirklich so, dass nur weil du reported wirst und Valve erkennt und das gibt dir immer, bei CSGO ist ja so, wenn du reported wirst und der Bot sozusagen sagt, das sind zu viele Reports, dann gibt das das jemanden zur Überprüfung. Leute haben einen bestimmten Rang mit einer bestimmten Anzahl an Siegen schauen sich Replays an und entscheiden dann, ob das wirklich ein Hacker war oder ob das legaler Spieler war. Ähm, Benni, willst du dann hier langsam aufhören mit Stream? Wollen wir dann langsam machen, ja. Haben sie zehn, 20 und 20? Ja, ich bin aber gerade so im Reden. Einen Tag würde ich jetzt noch machen, weil ich kündig es ja sonst eigentlich immer eher an, das wäre jetzt doof, dass du so mittendrin aufzeigst.